Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute nach langer Zeit endlich mal wieder mit den besten Gaming Laptops. Aus Zeitgründen und weil mich viele von euch gebeten haben, dass ich alle Modelle noch möglichst vor Weihnachten vorstellen soll, dieses Mal mit allen Geräten in einem einzigen Video. Außerdem habe ich jetzt auch für die Laptops eine Google Documents Datei erstellt, die ich immer aktuell halten werde. Wenn also ein Laptop nicht mehr verfügbar sein sollte, im Preis gestiegen ist oder ihr etwas besseres gefunden habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich werde die Empfehlungen falls nötig updaten. Grundsätzlich gilt bei Laptops natürlich, dass ihr hier ein deutlich schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis erhaltet als mit einem richtigen Desktop-PC. Empfehlen würde ich persönlich einen Laptop nur dann, wenn man zwingend auf die Mobilität angewiesen ist oder sich das Gerät als Zweitcomputer anschaffen möchte. Fangen wir also an mit der 400 Euro Preisklasse. Empfehlen würde ich hier den Acer Aspire E5 571G. Für 379 Euro kommt der Laptop mit einem bis zu 1,7 GHz schnellen i5-5005U-Prozessor, 4 GB Rahmen einer 500 GB Festplatte und eine Nvidia GeForce 840M mit 2 GB Grafikspeicher. Natürlich sollte man für einen solchen Preis nicht zu viel erwarten, trotzdem lassen sich schon mit diesem Laptop mit reduzierten Grafikeinstellungen Spiele wie GTA 5, Fallout 4 und Battlefield 4 mit über 30 Bildern pro Sekunde in 720p-Auflösung spielen. Grafisch wenig anspruchsvolle Spiele wie beispielsweise CSGO lassen sich auch problemlos mit über 60 Frames pro Sekunde bewältigen. Das Display löst nur mit HD-Ready also 768p-Auflösung auf, angesichts der Grafik- und Prozessorleistung wäre Gaming in Full HD aber ohnehin eher sinnlos. Wer lieber ein 17,3 Zoll großes Display haben möchte, greift zum ca. 50 Euro teureren und gleich schnellen Aspire E5 771G, der mit einer Auflösung von 900p also HD+, außerdem ein schärferes Bild bietet. In der 500 Euro Preisklasse ist meine Empfehlung ebenfalls ein Aspire E5 571G, dieser bietet für den höheren Preis jedoch einen i5 Prozessor, der mit bis zu 2x2,7 GHz nahe doppelt so schnell taktet wie das i3 Modell. Die Leistung dieses Laptops reicht aus, um die meisten Spiele in mittleren, teilweise sogar hohen Einstellungen mit 720p-Auflösung flüssig spielen zu können. Auch hier bietet Acer denselben Laptop wieder mit 17,3 Zoll großem Display an, wofür jedoch fast 70 Euro aufpreisfällig werden. In der 600 Euro Preisklasse bietet der Asus X555LN für 639 Euro das beste Preis-Leistungsverhältnis. Er kommt mit demselben Prozessor und Grafik-Chat wie der 500 Euro Laptop daher, hat aber zusätzlich noch ein Full HD-Display, einen 8 GB großen Arbeitsspeicher und eine 1 TB große Festplatte. Wer lieber eine Alternative von MSI möchte, greift zum MSI GP60 für 679 Euro, der außerdem einen ca. 20% schnelleren Prozessor bietet. Ich persönlich würde in diesem Fall aber eher gleich zum geringfügig teureren MSI Leopard Pro für 749 Euro greifen. Dieser bietet für einen Aufpreis von 70 Euro dank dem GTX 950M Grafik-Chip etwa 50% mehr Leistung als die zuvor genannten Modelle und ist auch sonst mit 8 GB RAM Full HD-Display, 500 GB Festplatte, i5-4210H-Prozessor und gewohnter MSI-Qualität sehr gut ausgestattet. Dank der Kombination aus schnellem i5-Prozessor und dem neuen GTX 950M Grafik-Chip lassen sich mit diesem Notebook viele Spiele selbst in Full HD-Auflösung mit hohen Einstellungen flüssig spielen. Wer die gleiche Leistung und Ausstattung in einem Gerät mit 17,3 Zoll großem Display haben möchte, muss nochmal 100 Euro für den MSI GP72 Leopard Pro drauflegen und erhält zusätzlich eine 1 TB große Festplatte. In der 900 Euro Preisklasse steht nach wie vor unangefochten der Lenovo Y5070 an der Spitze. Er bietet für 949 Euro mit i7 4720HQ, 8 GB RAM, Full HD-IPS-Display, 256 GB SSD und Nvidia GeForce 960M Grafik-Chip mit 4 GB Grafik-Speicher ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit diesem Laptop lassen sich die meisten aktuellen Spiele mit Full HD-Auflösung und hohen Details flüssig spielen. Wer keine Lust hat Windows selbst auf den PC zu installieren, bekommt dieses Modell für 50 Euro mehr auch mit vorinstalliertem Windows 8.1. Wer trotzdem eine 17 Zoll große Alternative sucht oder falls der Laptop ausverkauft sein sollte, bekommt für denselben Preis mit dem Asus GL752 VW ebenfalls einen hervorragenden Laptop. Dieser bietet zwar keine SSD und hat 2 GB Grafik-Speicher weniger, kein IPS-Display und kein Betriebssystem vorinstalliert, bietet dafür aber die neuere Skylake-Plattform mit dem i7-6700HQ-Prozessor und DDR4-Ram. Da der Leistungsunterschied zwischen Skylake und Haswell aber insbesondere bei den Laptop-Prozessoren sehr gering ist, würde ich hier persönlich eindeutig den Lenovo bevorzugen. Mehr Spieleleistung bieten erst Laptops ab etwa 1300 Euro, die eine GTX 970M verbaut haben. Derzeit haben wir hier mit dem Eraser X7841 von Medion ein wirklich sehr gutes Angebot. Dieser bietet einen i5-6300HQ-Prozessor mit 4 Kernen, 8 GB DDR4-Ram, einen Nvidia GTX 970M High-End Grafikchip mit 3 GB GDDR5-Speicher, eine 1 TB Festplatte und zusätzlich eine 128 GB SSD mit vorinstalliertem Windows 10. Außerdem hat der Laptop ein 17,3 Zoll großes Full-HD IPS-Display, 4 USB-3-Ports und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Lasst euch nicht vom i5-Prozessor irritieren, dieser bietet mit seinen 4 Kernen quasi gleich viel Leistung wie die i7-Modelle, einziger Unterschied ist das fehlende Hyper-Threading. Mit diesem Laptop lassen sich aufgrund der potenten Hardware quasi alle aktuellen Spiele in höchsten Einstellungen mit Full-HD-Auflösung flüssig spielen. Vergleicht man die Leistung mit der eines Desktop-PCs, liegt sie in etwa auf dem Niveau einer Radeon R9 280X bzw. einer GTX 960 und der eines i5 3470. Die beiden besten Alternativen wären hier der Schenker XMG P506 und der MSI GE 72-6QF, die aber beide ohne zusätzliche SSD und ohne Betriebssystem kommen. Ich persönlich würde in dieser Preisklasse auf jeden Fall zum Eraser von Median greifen, da dieser im Moment ein wirklich sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis für einen Gaming-Laptop bietet. Ein Laptop mit noch mehr Leistung erhaltet ihr erst ab ca. 1700 Euro mit einer GeForce GTX 980M. Damit liegt ihr dann schon fast auf dem Niveau einer Desktop-GTX 970. Wer wirklich vorhat, so viel Geld für einen Laptop auszugeben, sollte unbedingt warten, bis der neue Asus G752VY verfügbar ist. Dieser wird für 1700 Euro nicht nur eines der günstigsten Notebooks mit einer GTX 980M sein, sondern kommt außerdem mit einem G-Sync-Display, womit er als Gaming-Laptop besonders interessant wird. So, das waren meine Empfehlungen für die besten Gaming-Notebooks von 400 bis 1700 Euro. Die Links zu den einzelnen Modellen findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist und ihr Lust habt, mich zu unterstützen, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Hardware Deals. Bis zum nächsten Mal.